Herzlich Willkommen zurück, meine Damen und Herren, das sind meine Gäste, die Backstreet Boys, Nina Hagen, Michelle Hunziker und hier steht Thomas Blackthorn, der wird sich gleich einen Presslufthammer in den Schlund führen. Damit Sie genauer wissen, worum es geht, wird Rosi jetzt noch einmal erklären, was dieser junge Mann vorhat. Bitte schön, Rosi. Also, es geht um den Rekord schwerstes Objekt schlucken. Okay, okay, that's it, das war die kleine Demonstration, hier wird mit echter Munition geschossen. First we explain the sound. There are two sounds. Eindeutig, es gibt zwei Geräusche. This is a good sound. Das ist das gute Geräusch. This is a bad sound. Das ist das schlechte Geräusch. Und wir werden gleich hoffentlich den guten Sound bei dir hören und nicht den Schlag. Aber wenn ich mich verkrampfe... Zwischen Guck. Das ist das ziehe. Okay, so... Es ist hängen geblieben. Ich versuch's nochmal. Soll nur nichts passieren. Wenn es zu schwierig ist, aber du merkst, es klappt nicht, dann auch lieber abbrechen. Können wir uns auch einfach mit einer Brüllmaschine anfangen. Come on! Das war's für heute. Das war's für heute. Es sah toll aus, es sah beängstigend aus, aber das Wichtigste für dich ist halt eben, haben wir einen neuen Rekord oder nicht? Meine Damen, meine Herren, wir haben einen neuen Weltrekord. Als ich noch jünger war, da war Nina Hagen für mich die Queen of Punk. Und deshalb darf ich ihr das widmen. Es ist immer noch warm. Der Meister ist immer noch warm. Eine Urkunde und eine Medaille kommt in Showmiss. Vielen Dank. Oh! 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 Thomas Blackburn aus der Dammeltown. Congratulations.